Hier haben wir nun einen weiteren Adventskranz. Und zwar ist dies eine wunderschöne Metallschale, die man im Dekoladen ganz einfach findet. Ich habe hier neutrale Kerzen darauf. Man kann aber wunderschön diese Kerzen mit goldenen Sternen mit Plätzchenform ausstechen, mit den Wachsplatten und so dekorieren. Darin ist wieder Moos, Naturmaterialien, ein großer Zapfen, ein Wollstern, Nüsse, Zapfen, Zimtstangen, ein Niesstern und Ketten. Dies kann man ausdekorieren. Und diese Schale kann man den ganzen Winter stehen lassen. Vielleicht nochmal einen Schneestern aus Filz hineinlegen. Und dann kann man sie auch wieder Ostern verwenden. Alles abgeräumt und ein paar schöne Ostereier vielleicht hineingelegt. Ein Häschen im Nest. Also es ist nicht nur eine Anschaffung für Weihnachten. Und wenn ihr meint, das ist einfach zu schwierig oder ein bisschen zu viel Aufwand, ist es ganz einfach. Man kann es einer Fantasie freien Lauf lassen. Und man sollte auch immer bedenken, für das Können gibt es nur einen Beweis, dass man es tut. Und danach seid ihr auch wirklich stolz auf euch und erfreut euch an dem, was ihr geschaffen habt.